Eieiei Vorliegen, ne, ich zume sowas nicht an, ne, du wüsst Bescheid, ne Kann man nicht vernünftig reden? Jo, ne, ne Ne, ne, alter, ich hab mein Slogan, ne Racecap nach links Könnt' ich das nächste Mal nicht sagen, dass irgendein Konvoi da auf der Tankstelle steht? Ich hab voll Angst gekriegt, weil ich auf einmal so mal dermaßen ne Lex hatte Aber, hab mal jetzt ne Frage, wenn sie bei Sub hast du ein Dings Twitch an? Nö Nö Bin noch mal überlegen Äh, ich mach moin erst Hallo, bleib auf deiner verfickten Spray Wart noch, Mann Ja, aber Naja, so ist es immer wieder lustig Oh, oh Boni? Ja Was macht denn ihr? Arbeit Anergefahren Würde wir Wohnung umräumen, oder was? Wo ist denn der Spruch? Keine Ahnung, ich hab' den Kopf noch, Alter Ich kann das nicht Was ist denn, ich hab' den Kopf noch mal versucht? Ach 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 Nein, das Spiel ist so bescheuert. Lotst mich in eine Wand rein, wo ich nicht durch kann. Thomas, ich hab hier einen Tab. Nein, ich komm dir näher. Ist da zufällig ein Rafer dabei? Oder eine Anni? Was? Auf jeden Fall kriegst du ein Messer Braunschmerzen, wenn du immer reinnimmst. Olli, trägst du die Tour ein? Nein. Weil? Wir tragen ja alle unsere Touren ein. Jetzt? Gerade schon. Wir stellen ein, wir stellen auch ein. Kannst du uns kommen, stellvertretender Chef. Entschuldigung. Sachse? Tobi, ey. Okay. Ich bin voll und kann hier an der Brustleinkante eingeblieben. Nein, 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 nein. Ohohohohoho. Alter, der kam auf jeden Fall immer. So. Wir können keine Rücksicht drauf nehmen. Was mir soll noch ganz schön ausmachen. Marcel, Vorsicht. Das wird sich gerade ausdrüben. Manu, sag halt gleich, dass da eine Kreuzung kommt. Ich glaube, ich muss mal Philips sagen, wir blocken es mal. Manu. Ich sag dir nochmal so und da war eine Leitplanke. Das ist jetzt nicht der Ernst. Aber wir bräuchten ja dann trotzdem einen, der anstatt Z eine Stelle trotzdem macht. Wenn Z nicht da ist, dann muss das pausieren. Wenn Z nicht da ist, dann muss das pausieren. Meine Fresse. Stand auf. Stand auf. Auf dem Firefox backen gehe ich auf den anderen. Lea, ich habe eine kleine Frage an dich. Oh, yes. Hast du schon mal angeschnitten am Schwanz? Weil Frauen und Technik, dass die das nicht gebacken bekommen, ist ja dann halt bekannt. Jetzt kann man übrigens ein neues Video von den Admins raus auf YouTube. Wie die Spannen und so weiter machen. muitas erkadamente Memphis ein sehr swingsradioer, aber das ist komplett Person easter成itt��는 Sicht. Du hast willst du ja sind zur weirdest Ukraine? Weißt Germany und sie nicht. 結果 werden bei weder Seine führt zusammen mit des Lebens 나와. Diffst, du willst. Fast sah Make. Zach Heck KiKA 66. Sag mal, kannst du nicht auf deine Spur fahren? Mach ich grad auch nicht, lass mal. Na bitte, lass ich doch, dass ich von... Dürfte eigentlich nicht sein. Na ja, nachher mal einmal in die Stadt. Ne Hose, sehr klar, nur wegen Verbrennen. Hier auch beide Arme gehabt. Also ganz normalen Boxershorts zum Tauchen. Und Oberteil. Weil du bist ja doch in zwei Meter tiefen da am Tauchen. Mein Kollege kam raus. Da hat sich den kompletten Arsch bis runter verbrannt. Also die komplette hintere, tief von den Beinen. Und ich hab mir den Rücken verbrannt. Obwohl wir... Bis September ein Jahr Australien. Oder bis, na bis... Ja, aber Australien würde ich zum Beispiel nicht. Gerade wegen, weil ich das hier um Kralle sehe hier, äh... Fisch, äh, Fänger hier, weißt? Hm. Wie dir von dir, Max, der eine? Vail Wars oder so, wie es heißt da. Ne, dieses andere hier, diese... Der Angler. Ach so. Und um Kralle aus Australien, da hast du ja die ganzen Haie. Haieattacken. Also da würde ich nicht hin. Da geh ich lieber nach Hogada. Flussmonster. Flussmonster, genau. Siehst du.